Ja, könnten Sie uns jetzt mit allem zusammen noch ein bisschen was vorspielen? Ja, ich muss jetzt mal meine Gitarre umziehen. Ja, kann ich was halten? Kann ich noch irgendwie? Da spielen Sie dann alles selber? Ja. Alles darunter? Es brummt immer ein bisschen, weil es natürlich so viel angeschlossen ist. Sie sparen sich natürlich auch ungeheure Gewerkschaftsgebühren, wenn Sie alleine auf, Sie sind die eigene Betriebshafte. Ich muss selbst eine Gewerkschaft gründen, für einmal ein Bands. Gut, was hören wir denn? Spielen Sie uns ein bisschen. Ja, es ist ein eigenes Stück, es heißt First-Round Rave. Bitte. Ja, es ist ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Unwahrscheinlich, nämlich insofern, wenn man sich vorstellt, wie viele verschiedene Gedankengänge dieser Mann auf einmal durchdenken muss. Es soll ja mit den Füßen der Rhythmus da sein, er singt, er spielt, alles gleichzeitig. Wenn das Furore macht, ich bin gespannt auf die zukünftigen Orchestervorführungen.